Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Es tut mir leid, ich habe gerade das Spiel neu gestartet Ja, neue Session und so Und im letzten Part haben wir eigentlich da oben aufgehört Jetzt sind wir leider hier unten gespawnt Wobei ich mich gerade frage, wie man hier eigentlich runterkommen soll Das tut doch weh, wenn man hier runterfällt Naja, ist nicht mein Problem Jetzt sind wir leider schon unten, ja, tut mir leid Aber wir werden mal das Ding hier nehmen Und Jetzt werden wir ein bisschen Snipern, ja Ähm, ja Was man jetzt eigentlich genau machen muss Oh, weil ich so lange gewartet habe Okay, fangen wir gleich an Zack So Okay, auf den Motor schießen wahrscheinlich Kann ich da nicht, ne Ich weiß auch nicht, von wo der kommt Aus welcher Richtung Wahrscheinlich A da vorne Okay Ha Oh Kann ich eigentlich Unschuldiger abschießen? Scheinbar nicht Erstmal Beweise liefern, indem ich das Ding noch runter schmeiße Nein, natürlich nicht Oh, Mensch Kann ja mal passieren So, wo soll ich hin? Achso Hab ich nicht gesehen Na gut Wie Ah Gleich der nächste Savepoint, Mensch Geht ja schnell So Oh, 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 oh Da werde ich schon gleich begrüßt Oh Falt den Knopf, natürlich So 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 Meine Maschinenpistole hier Auf der ich sogar rennen kann Das ist ja mal krass Wahrscheinlich, weil ich nicht beide Hände brauche Egal, wir nehmen trotzdem die hier Bam Bam War einfach cool Wie die Patronen da rausfliegen Finde ich cool gemacht, ja Muss ich auch mal sagen So Stump Dann nehmen wir mal die Voll die Abwechslung haben wir jetzt So Naja Oh, kommen die schon von hinten hin Fände ich ganz schön frech, wenn ich ehrlich bin, ja So Ich bin schon ganz schön heftig in diesem Spiel, ja Muss man ja mal ehrlich sagen Oh, der ist sogar tot Ich weiß gar nicht von, wo ich noch beschlossen hätte, wenn ich ganz ehrlich bin Da Oh, der hat sogar eine MG gehabt Ein MG Ich sag immer eine MG Das ist ganz blöd Easy Noch mehr Leute, noch mehr aufs Maul Das war jetzt tatsächlich gar nicht so gut So, komm ich einfach raus Ich bezweifle jetzt mal Oh, doch Mensch Das war ich dir schuldig, Kate Nimm das Das ist Merck Er ist dein Freund Er wird dich hier wegführen Ich lenke die Cops ab Und komm später nach, okay? Oh, oh Jetzt dürfen wir ohne Merck langklettern, wa? Oder auch nicht Oh nein Merck Ich konnte sie nicht stoppen Sie haben Kate Aber ein paar der Penner habe ich erwischt Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt Die Scherbe Beim Bürgermeister? Ja Natürlich bringt das was So ein Idiot Nein Nichts bereuen Aber lass sie nicht gewinnen Niemals Merck Versprochen Danke, klar Tod Mensch Das ist aber auch dramatisch Mensch Er ist aber gar kein mehr, der uns den Weg weist So behindert Mann Ach Gott Ich schaffe es auch immer wieder So eine emotionalen Szene kaputt zu machen Aber jetzt mal ganz ehrlich Das ist doch nicht Das war doch dumm Gott Dann verschlucke ich mich schon an meinem eigenen Atem So Was ich sagen wollte Ja Hatte nur so eine minimale Schusswunde, ja? Ganz bisschen Blut da an dem Sofa Ah Das bringt nichts mehr Ah Natürlich Man hätte ihn noch so heftig retten können, glaube ich Oh Mann, ey Na gut Macht das Spiel nochmal ein bisschen anspruchsvoller Dass wir jetzt quasi allein zurechtfinden müssen Wir haben wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr die Funktion B zu drücken Um zu wissen, wo wir lang müssen Guck mal, das macht sogar Ne, doch nicht Achso Geht übrigens doch Und ich dachte gerade, dass dieses Black-Geräusch da mit der Grund immer davon kommt Aber das ist einfach nur der Der Soundtrack Danke, tut der Winkel Habt ihr schon lange nicht mehr erlebt Das soll nicht heiß, dass du nicht mehr da bist So, da muss ich irgendwie hoch Das schreit doch förmlich nach einem Roll 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 Wall Run Aber ich glaube, der funktioniert hier nicht so ganz Hey, achso Komm hier einfach hoch Das ist ja cool Das ist ja Goldig So Muss ich jetzt vielleicht da durch Um zur Treppe Äh, zur Treppe, äh Zur Tür zu gelangen Ne Das wird nämlich Sinn machen Hallo Tür Maintenance ist es So Wie er mein So So Und da oben ist der Koffer Ich habe ihn sofort gesehen Komm ich hier hoch Ah Cool Buh, bau, bau, bau Komm ich wahrscheinlich nicht durch Schade So Ich schätze mal hier so letztes oder vorletztes Kapitel Ne Wie bereits gesagt Es dauert nicht mehr lange Ich bin gespannt Scheiß Tür Oh I see Ich verstehe Ähm Ich stand natürlich richtig schön im Weg So, ich glaube ich muss Gehe ich jetzt mal irgendwie nach hinten verbissen hier Ah, hier Jetzt jagt das Feuer hier einmal durch, wa Boom Haha Cool So Hallo Tür Dich habe ich niedergerungen Ich bin dir überlegen Ich bin an der Tür überlegen Oh Vordere Verstärkung an Jetzt Vordere Verstärkung an Ja, danke Spiel Ich bin tot Mann ey Wow Tür Wird verrot Wird verwichsigt So Diesmal ergreifen wir die Initiative Ja Ganz easy Oh 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 Lol War da auch einer Das wäre ja ungünstig Mann Sehen wir das einfach so hier. Geh ich gleich hier hin? Das wär mich viel cooler. Ja doch, guck das. Aber ja. Ach du da warst, das eben bestimmt. So. Auch gut. Ich glaube es funktioniert nicht. Oh. Ich geh einfach durch die Tür. Ihr seid mir scheißegal. Oh du mir aber nicht. Ha. Ich hab getroffen. Aber nice. Wir gucken. So. So. Alles klar? Kommt noch mehr? Nein. Dann verbisse ich mich. Wie? Ah. Okay. Ich muss hier rein. Aber da hinten war noch ne Tür. Kann das sein? Ne. Ach ist mir jetzt auch ziemlich egal. Wir haben eh null Koffer gefunden. Null war jetzt nur so ein Richtwert. Nein. Wir haben tatsächlich recht viele Koffer gefunden. Ich glaube das sind die mehr als in meinem Run damals. Ha. Run. Weil wir Runner sind. Nein. Ich sag immer Run. In meinem Playthrough damals. Die Sicherheitsfehler wurde auf der Erläutenverhaftung von Kate Connors weiter Einheiten hinzuzuziehen. Mensch. Hab er noch gar nicht mitgekriegt. Kate. Warum lässt du dich entführen? Mann. Du bist scheiß Polizistin. Alter. Du musst hier doch irgendwie durchkommen. Das kann doch nicht angehen. Öh. Tod. Hallo. Callahan. Ist das Callahan? Ist das dein Ernst? Ach so. Ach das war Miller. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Ach so. Das war Miller. Der ist eine Katz. Die ist aber ganz anders aus. Na gut. Das wird ja lustig hier. Hi Kollege. Hui. Äh. Äh. Ja. Ich wäre doch ideal dafür geeignet, das Spiel nochmal neu zu synchronisieren, oder? So mit Zaun-Defekten und so. Oh, da kriege ich aufs Maul. Das ist aber blöd. Uiuiui. Wie wenig Munition haben die denn eingepackt? Weißt du, die können unendlich ballern, aber ich nicht. Macht mich traurig. Oh. Ähm. Ähm. Joa. Ne? Komm ich denn hier am besten durch? Und eine Idee? Ich glaube, die alle niederzumähen bringt nicht so viel. Ich glaube, hier ist schnell das Durchlaufen gedacht. Angedacht. Ach so. Nein. Ach man. Äh. Oh. Ist immer unnünstig. Nein. Nein. Der hat eine MG. Die will ich haben. Ein MG. Ein MG. Die will ich haben. Das will ich haben. Den will ich haben. Der MG. Hier guckt. Äh. Was? Wie jetzt? Äh. Nein. Ich hätte auch was gebraucht. Ähm. Weil ich dir gesichtet. Mama. Falscher Knopf. Das ist jetzt. Aber ich habe den Nähknopf gedrückt. So. Dem G. Der. Das MG. Alter Schwede. Das gibt es doch nicht. Artikel. Gar nicht mal so einfach. Komm mal hier hoch. Genau. Kommt mal hier hoch. Dann kann ich euch nämlich hier wieder mähen. Ach. Die Entfernung ist kacke. Komm mal näher. Genau. Da will ich dich sehen. Da bist du gut aufgehoben. Muss ich ja mal sagen. Da oben ist noch einer. Der da. Der wird mich noch plattballern, wenn ich da bin. Warte mal dann. Mach ich mal so. Jawoll. Okay, 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 okay. Noch mehr hier? Ich glaube nicht. Oh, da kommen neue. Welche Tür geht auf? Wie? Meine Fresse. Boah, wie die richtig einschlagen. Das ist sogar 3D. Ja, muss ich ja mal sagen. Das finde ich, das finde ich super. Naja, so hype jedenfalls. Hoppala. Was, 2012? Das Spiel ist von 2009. Und jetzt haben wir 2015. 15. Emergency hatch. Open only in case of emergency. Okay. Okay. Klack. Äh. Oh Gott, wieder Knöpfe vertauschen. Na toll. Die Herausforderung ist dadurch auch schon mal genommen worden. Wo soll ich denn hin? Ich kann hier irgendwie nirgendwo... Mal versuchen, auf so ein Ding rauszuspringen. Auf so einen Aufzug rauf. Ne. Hä, wo soll ich denn hin? Ich spring jetzt einfach irgendwo hin, ey. Nein! Ich könnte auch einfach mal hier... Wow. Da soll ich hin. Das wollte ich jetzt nicht. Schön, dass man immerhin bis zum Boden fällt. Und das nicht abgekürzt wird. Was ja ein bisschen lähm wäre. Ah, okay, hat funktioniert. So. Au, 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 au. Okay. Da muss ich hin, sagst du? Äh... Ja, aber... Ja, aber... Aha. Ich folge einfach dem Weg. So. Puh, 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 puh. So. Hallo. Na? Äh... Äh... Öh... Auweia. Na, dat ist ja cool. Na, wenn mich hier einer findet, dann weiß ich auch nicht mehr. Äh... 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 Ah, okay. Easy. Warte, warum kann ich hin? Papier macht das auch nicht ganz so viel Sinn. Oder vielleicht doch. Kannst du mir einen Koffer? Oder so. Ich glaube nicht. Nein, hier ist kein Koffer. So. Nein, der Punkt habe ich aber auch nicht. Hm... Hm, 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 hm. Verstehe ich nicht. Ah, schaffe ich doch. Hui. Oh. Pfff. Ha, 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 ha. Oh. Oh, ich bin so kacke. Jetzt bin ich hier. Will ich mich verraschen? Bin ich, schlau, weiter unten, glaube ich. Ah! Ich finde die Sounds dann sehr schön an. Eieieiei. Ähm... Da muss ich wohl hoch. Das könnte mit einem Wall Jump funktionieren. Tut's auch. Natürlich tut's das. So. Alles klar. Dann war schon mal hier. So, der Part ist dann auch bald vorbei, ja. Und ich würde ja eigentlich immer gerne bis zu Checkpoints spielen, einfach weil ich immer Angst habe, dass das Spiel abstürzt. Und ich dann denke, Mami. Ich muss abstürzen. Du musst jetzt alles nochmal neu spielen. Okay, ich sollte das nicht so reden. Ja, das kann ich nicht. Vielleicht haben wir hier gleich ein Checkpoint. Von daher würde ich nochmal ganz kurz weiterspielen. Vielleicht so nach diesem, äh, Kletterakt hier. Als Belohnung. Lüftung, Schacht, dicke Klettere. Jetzt sehe ich sie. Ein Scharfschützen-Thema überwacht dieses Gebiet. Na. Sag ich doch. Alles klar, hier haben wir einen Checkpoint. Und da remiere dich. Der Part vorbei. Aua. Wir kriegen schon Kopfschüsse. Das ist aber nicht schön. Ich kann mich auch nirgendwo verstecken. Doch hier. Vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Äh. Recommended by Dr. Dave. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.